Eingeschnitten in den uralten Granit des Bayerischen Waldes rauscht der Sausbach durch eine einzigartige Klamm, die es in der Form nur hier gibt. Die grün-weißen Dreigschilder zeigen dir, wo das Naturschutzgebiet anfängt. Der Wallkirchner Harzmerger Granit, ein steckengebliebener Vulkan. Und die Sausbachklamm, doch kein Teufelswerk. Ich habe hier bei weitem noch nicht alles gesehen. Es gibt immer was Neues zu entdecken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017